guten tag werte gäste der mesa manga ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren episode der manga review heute schauen wir uns einen besonderen manga an einen sehr sehr besonderen manga den ich doch durchaus als eine perle in der ja in der deutschen manga lizenz geschichte behandeln würde denn dieser manga stammt von niemand anderem als rumiko tagahashi die mangaka die hinter solchen werken steht wie mesonikoku unusayatsura ranman halb und inu yasha das sind so würde ich mal sagen wirklich so ihre top bekanntesten und natürlich hat die dame noch wesentlich wesentlich mehr mehr da draußen an manga oder kurzgeschichten rausgehauen die man gar nicht alle so wirklich quasi jetzt hier irgendwie gleichzeitig noch erwähnen könnte weil es einfach wirklich viele sind und aber auf auf ein werk bin ich ganz besonders gespannt gewesen jahrelang irgendwie zu überlegen wie kriege ich denn hier am besten eine eine manga review zu zustande denn es ist wirklich schwierig sage ich mal aus einer einer wenn man es nicht noch mal liest da noch mal irgendwie bestimmte infos rauszuhauen und natürlich dann auch zu wissen ab wann man spoilern aber nicht und bei sich in meinem kopf das nach sagen wir mal zehn jahren oder so oder müsste schon so fast zehn jahre her sein das ding auf jeden fall ist es dann immer schwierig und man möchte ja auch nicht spoilern und dementsprechend habe ich mir jetzt noch mal diese vier bände durchgelesen und werde euch ein wenig darüber berichten so bevor wir damit anfangen möchte ich euch aber also erstmal natürlich den titel nennen und zwar mermaid saga zumindestens ist das der name den wir bekommen haben im original hört der name auf den namen ja ningyo series also series englisch logisch und ningyo ja bedeutet mehr jungfrau ganz simpel ich glaube ich müsste es müsste sogar einfach bedeuten dass ich glaube ningyo ist einfach eine mischung aus ningen mensch und jo fisch ningyo also mensch fisch quasi also ihr könnt mich gerne korrigieren aber ich glaube dass es so simpel wie es klingt und mermaid saga hat etwas ganz 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 besonderes meiner ansicht nach denn das ist ein manga der hätte theoretisch gar nicht da sein müssen das ist etwas was sich rumiko takashi einfach irgendwie für entschlossen hat und es ist irgendwie wahnsinnig wenn man sich das heute anguckt was da passiert ist und zwar ich gebe euch mal einfach kurz einen kleinen moment und zwar mason ikoko kam mit 15 bänden raus startete 1900 1980 und endete 1987 mit dem letzten kapitel so wir halten das im kopf 1987 also von 80 bis 87 sieben jahre hat sie an mason ikoko gezeichnet mit 15 bänden man könnte fast sagen im grunde so die letzten zwei jahre dieses dieses da wo sie an mason ikoko dran gearbeitet hat 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 sie sich entschlossen nochmal eine nebengeschichte anzufangen aber nicht über mason ikoko einfach mehr oder minder kurz geschichten sind um das thema mason ikoko und das hat sie im august 1984 begonnen also wie gesagt so knapp zwei jahre bevor endige der beendigung von mason ikoko und hat das bis 1994 gezeichnet also das heißt unfassbare nahezu fast zehn jahre hat sie an diesen vier bänden gearbeitet beziehungsweise im original sind es nur drei dazu und das habe ich ja noch gar nicht nachgeguckt das wäre mal auch interessant gibt es kapiteltechnisch gibt es da nichts im deutschen okay das ist muss man wohl einfach so hinnehmen ja im deutschen wurden es vier bände und im japanischen sind es wohl drei wovon einer eben halt oder zwei davon eben halt dicker sind und einer ein bisschen dünner oder sowas und egmont hat sich das damals gedacht dass sie das in vier bänden rausbringen dass es irgendwie besser wäre vom format her ist ja auch legitim auf jeden fall insgesamt in japan in drei bänden bei uns bei egmont in vier bänden erschienen so fast zehn jahre hat sie also immer mal wieder parallel dazu quasi an diesen kurzgeschichten gearbeitet und als wäre das nicht noch schon fleißig genug würde man meinen muss man bedenken dass der manga zu ranma ein halb 1987 gestartet ist das heißt also der moment wo meson ikoku beendet wurde das ich muss man das muss man sich einfach mal geben hat ran ranma ein halb begonnen also da gab es nahezu kaum eine pause dazwischen zack kam ranma ein halb raus so bam und das ging bis 96 das heißt im grunde also ranma ein halb wurde abgeschlossen und zwei jahre davor hat diese lange lange kurzgeschichten reise von mermaid saga auch ihr ende gefunden und jetzt muss man mal überlegen wie viele parallelen also wie viele manga parallel irgendwie immer mal wieder so gezeichnet wurde chapter wise das ist einfach beeindruckend und ist heute nicht mehr so enorm der fall zumindest in diese richtung also das ist schon krass was da damals abging im mangaka bereich also da muss man halt auch recht sagen rumiko takashi so sehr manche leute oder mittlerweile viele leute nicht mehr so ihre neuen werke mögen und so weiter aber sie hat den lauf sie hat den absoluten lauf und es ist absolut krass und großartig was sie da geleistet hat und natürlich es ist kein meson ikoku und es ist auch kein ranma ein halb von der qualität und man muss auch bedenken dass es im grunde einfach short stories sind über eine bestimmtes thema und darüber möchte ich euch jetzt mal ein bisschen was erzählen denn mermaid saga handelt also die mermaid series die ningen series wurden dann in mermaid saga umgenannt und und inhalten eben mehrere kurzgeschichten horror kurzgeschichten tatsächlich ähm wir haben ja schon quasi bemerkt dass sie irgendwann mal sehr auf diese schiene irgendwie bock hat also quasi sagen mythen legenden man sieht man hat es ja bei ino yasha gesehen und auch dass sie ein bisschen weniger zimperlich geworden ist also dass da auch mal ähm ja gewalt blut schnitte kopftrennungen all das irgendwie in ihren manga irgendwie stattgefunden haben und ähm nicht mehr so ähm in diesem ich sag mal slice of life esken ähm äh brei geschwommen ist von äh meson ikoku ranma ein halb und ko oder beziehungsweise gag lastig war wie äh ähm putzigen oder lustigen momente so aber es hat sich doch doch ein bisschen mehr ernster gefühlt so ernst dass egmund sich sogar gesagt hat das ist das bringen wir unter der kategorie adult raus also nur für erwachsene oder für erwachsene empfohlen und ähm das meiner ansicht nach zu recht damals hat mich der manga nämlich ziemlich ich würde nicht sagen schockiert ähm auf jeden fall beeindruckt weil ich im manga bereich sowas eher selten gesehen habe also narutaru und mermaid saga waren so die manga tatsächlich auch wirklich beide von egmund ähm die waren für mich irgendwie ein eye opener das war irgendwie was besonderes ich bin da in eine welt reingekommen mit noch relativ jungen jahren was ich hätte eigentlich so nicht lesen sollen aber es hat mich einfach fasziniert und ich dachte mir uh cool manga können also auch brutaler sein und ein bisschen unbarmherziger als äh das typische rtl2 äh nachmittagsprogramm so nach dem motto und dann habe ich mir eben in dieser zeit äh meine mermaid saga bände gekauft und gelesen und seit jeher immer wieder immer wieder wo es nur ging wo es nur gepasst hat leuten empfohlen und warum ich das gemacht habe war mir erst nicht bewusst als ich angefangen habe mit dem lesen denn ich dachte mir so ja das ist vielleicht ganz nett so aber aber je mehr ich gelesen habe je mehr ich drin war in dieser welt desto mehr musste ich sagen okay es hat einen grund warum ich diesen manga immer immer wieder oder gerne mal empfehle und zwar handelt es äh beginnt die geschichte mit unserem hauptprotagonisten juta der auf der äh der quasi in einer stadt in japan in den 90er jahren müsste oder 80er jahren müsste es gewesen sein der standpunkt des ersten kapitels ähm hat er ähm von in einer stadt wo er gerade arbeitet hat er gehört oder kriegt er mit dass es wohl irgendwo weiter auf den so in den bergen dass es da wohl ein dorf gibt ähm und dass es da sichtungen von mehrjungfrauen gab und äh dass es wohl ein volk gibt das sich so ein bisschen um diese legende der mehrjungfrauen irgendwie so dreht ähm dass aber auch kaum einer sich aus der großen stadt in dieses äh dorf beziehungsweise in die berge verirrt ähm weiß da niemand sowas genaues drüber ob das jetzt stimmt oder nicht und so weiter aber juta wird hellhörig und er meint hm dem muss ich mal auf den grund gehen und er begegnet oder beziehungsweise er geht dann er wandert dort dann hin in dieses dorf und realisiert relativ schnell dass äh dass da irgendwas nicht stimmt das fängt schon an damit dass er im grunde in den ersten paar seiten äh wo er quasi in der nähe des dorfes geht von älteren frauen schon ermordet wird und natürlich zu recht ähm da könnte man ein bisschen skeptisch werden so wenn du umgebracht wirst während du nur in der nähe eines dorfes bist könnte eventuell sein dass dieses dorf vielleicht irgendwas zu verbergen hat so umso wunderlicher ist es für die alten damen oder allgemein die damen äh die dort in diesem dorf leben ähm weil es auch ausschließlich damen sind ähm wundert es dann etwas dass juta auf einmal obwohl er ja vermeintlich tot war ähm doch wieder auf der matte steht und in diesem dorf äh ja in dieses dorf hineingeht und er erklärt beziehungsweise nicht nur den zuschauern sondern allgemein er offenbart dass er vor sehr 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 langer zeit das fleisch einer mehrjungfrau gegessen hat und das fleisch einer mehrjungfrau zu essen bedeutet dass man unsterblich wird man kann äh wunden verletzen sich äh wunden die einen verletzen nicht wunden die einen verletzen die vorstellung dass sich deine eigene wunde noch mal verletzt ähm was wollte ich sagen ähm wunden die dir zugefügt werden heilen im nu wieder also relativ schnell danke für den kommentar dr pommes nice das war jetzt sehr gutes timing ähm auf jeden fall immer immer cool wenn ihr kommentare schreibt ich freue mich da immer drauf ähm und ja auf jeden fall wenn diese die wunden heilen schneller also sehr schnell und äh sobald man stirbt stirbt man nicht wirklich sondern man ist einfach für je nachdem wie schwer diese wunde ist sag ich mal ist man ungefähr maximal für einen halben tag quasi tot in anführungsstrichen tot und lebt danach wieder so quasi so mächtig ist dieses wesen der mehrjungfrau oder diese magie der mehrjungfrau die ist das fleisch der mehrjungfrau die einen gefühlt einfach und ja unsterblich machen jetzt ist es so ähm dass ähm ein mädchen namens mana in diesem dorf existiert und ähm sie wird die ganze zeit ans bett gebunden sie darf nicht raus sie ähm hat äh so doch so eine äh schwere beinkrankheit kann sich nicht wirklich bewegen und äh man kriegt relativ schnell mit dass diese alten frauen sie einfach nur ähm mit einer ja fessel fesselmethode quasi an das bett halten und dass sie eigentlich doch natürlich logischerweise ähm gerne die welt da draußen sehen würde und gerne laufen würde oder richtig laufen würde und so kommt das eine zum anderen und ähm ja mana wird im grunde partnerin von juta auf ihrer reise und ähm genau auf ihrer endlosen reise denn ähm auch mana ähm quasi wird unsterblich und dementsprechend sind die beiden quasi auf der suche nach mehrjungfrauenfleisch denn wenn sie dieses fleisch wieder zu sich nehmen könnte es eventuell sein dass sie wieder sterblich werden und dann endlich normal wie normale menschen leben und sterben können juta der eben halt schon seit jahrhunderten existiert möchte halt so langsam wirklich nicht mehr leben und er meint halt auch immer wieder äh dass unsterblichkeit kein keine keine wundertolle sache ist sondern eigentlich nur körper wie seele belastet und überhaupt nicht in irgendeiner form ähm erwünschenswert ist und ja und jetzt denkt man sich natürlich okay es geht ja nur um um besiegbarkeit oder so nein 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 es hat noch einen kleinen negativen punkt der den ganzen dem horror aspekt so ein bisschen draufbringt nicht nur dass es ein bisschen wie bei 3x3 augen falls das den jemand kennt äh darum auch öfter geht dass jemand stirbt aber wieder wieder belebt wird quasi durch dieses durch diese fähigkeit das der mehrjungfrauen sondern die tatsache dass nicht jeder mensch eben mehrjungfrauenfleisch vertragen kann das heißt wenn jetzt sagen wir mal du gerade zuhörst ähm denkst ich möchte jetzt unbesiegbar werden und beißt in ein so stück fleisch hinein dann kann es sein dass dir gar nichts passiert du dich wunderbar fühlst und als ähm ja als unsterblicher quasi nun auf dem äh welten ball existierst und nicht mehr sterben kannst es sei denn man schlägt dir den kopf ab das wäre eine möglichkeit es gibt eine andere möglichkeit es könnte eventuell sein dass ähm dir soweit nichts passiert aber über die jahre ähm eine narbe in äh quasi auf deinem körper irgendwo ähm entsteht und diese narbe wird auch immer größer und präsenter und ähm irgendwann erlischt quasi diese magie oder dieses dieses ähm ja diese fähigkeit des mehrjungfrauenfleisches und du stirbst trotzdem obwohl du sehr sehr lange zeit äh unbesiegt äh unsterblich warst das ist auch eine möglichkeit das ist so quasi so der mittelding das mittelding und die schlimmste variante ist dass du zu einer sogenannten verlorenen seele wirst das ist ein mensch der das gift ähm in diesem fleisch der jungen frauen nicht aushält und ähm zu einem ja muskulösen monster mutiert mit einem äh abstrakten menschen fischgesicht quasi diese menschen oder diese wesen diese verlorenen seelen können nicht mehr klar denken sind nur noch auf töten aus nur noch auf quasi niedere instinkte äh quasi im grunde eingeweide fressen und äh töten und existieren und ähm diese wesen können auch theoretisch ewig existieren ähm haben aber einen kleinen kleinen nachteil dass sie nicht ganz unbesiegbar sind und genau das könnt ihr euch zum beispiel ebenfalls passieren letzteres ist natürlich sehr unschön weil das war es im grunde dann mit eurem leben weil ihr werdet kein mensch mehr sein nie wieder das ist dann in dem sinne dann vorbei und darum geht es ein geht es in mermaid saga um die reise von jutta und mana nach der suche nach informationen über mehr jungfrauen und deren fleisch so dass man irgendwann eventuell die chance hat wieder äh sterblich zu sein und äh mana geht mit jutta auf reisen da sie einfach auch die welt entdecken will all die jahre wo sie quasi in diesem dorf gefesselt und gefangen genommen wurde von diesen alten frauen wollte sie dann auch einfach mal raus und die welt genießen und äh lebt nämlich so dann part für part abenteuer mit jutta und da gibt es wahnsinnig interessante fälle die ähm im grunde im ehesten so ein bisschen wie so eine art ja ich sag mal mystery crime fälle bezeichnen könnte mit anleihen von horror momenten klassischen horror tropes aber auch interessanten neuen ideen und ja das ist im grunde so ein bisschen das das heißt wenn ihr horror mögt wenn ihr mystery crime mögt ähm ich würde auch sagen dadurch dass es jetzt auch natürlich etwas älter ist ist der horror aspekte nicht mehr ganz so so krass auch der gore sag ich mal effekt ist eigentlich eher belächelnd da gibt es heutzutage äh manga für jugendliche sag ich mal die sind äh brutaler und zeigen mehr also von daher also ist es jetzt nicht so dass man da jetzt äh den den großen den großen junji ito oder sonst was erwartet in der hinsicht ähm aber es passt wunderbar in diese welt es passt zum stil der geschichten und die geschichten äh funktionieren so dass die alle so ein bisschen aufeinander bauen aber nicht zu sehr und es immer mal wieder zwischendrin rückblicke gibt auf die äh erlebnisse die jutta ohne mana zum beispiel gemacht hat denn jutta ist natürlich das ist das interessante natürlich dass äh jutta schon ziemlich ziemlich lange ähm in japan umherläuft und auch schon so lange lebt dass er eben die ein oder andere tragische geschichte hat und ihr könnt euch vorstellen dass wenn ihr zum beispiel euch in äh diverse mädchen zum beispiel hier in dem fall verliebt ähm oder leute kennenlernt die ihr euch ins herz in die die äh ihr ins herz schließt ähm wenn ihr unsterblich seid werdet ihr quasi sehen wenn sie wie diese von ihr von dir von dich von dich gehen ähm von dir gehen boah nochmal also im grunde wenn ihr so alt werdet 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 ihr sehen wie die eure liebsten und geliebten von euch gehen jederzeit weil ihr einfach alles überlebt und das ist das was er so ein bisschen auch meinte mit dieser mit dieser seelischen anspannung mit diesem mit dieser seelischen belastung ähm und das wird auch mega toll in szene gesetzt es gab ein paar wirklich wirklich große großartige kapitel ähm ich liebte die die das kapitel namens mermaid forest das war groß ähm ich mochte diese leicht frankensteineske geschichte ähm mit der verlorenen seele die war zwar kurz aber hat genau die punkte getroffen die man so treffen wollte ähm die letzte und vorletzte geschichte fand ich auch der hammer allgemein muss ich so sagen der erste band bringt einen so rein und hat so ein wie gesagt eine tolle sache mit der mermaid forest so in petto der zweite band ähm der ist so ein bisschen der ist so ein hit und miss also der hat eine schöne geschichte mit einer puppe zum beispiel ja ähm und einer 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 mutter und ihrem sohn ähm die puppengeschichte ist an sich gut meine an sich da vielleicht ein bisschen zu lang und die letzte geschichte fand ich persönlich äh definitiv brainfuck ein bisschen so weil man das nicht erwartet hätte was da passiert so auf der einen seite aber auf der anderen seite war es auch nicht so super interessant fand ich jetzt persönlich also das war ein bisschen die schwächere sache dann ging es los mit band 3 ähm wo einfach eine die also eine komplette große arg da drin stattfindet nur eine und die war wirklich toll geschrieben cool cool gemacht und alles und dann kommt dieser letzte kleine dünne vierte band ebenfalls noch hinzu und haut so würde ich mal sagen also eine coole vergangenheitsgeschichte von juta am ende noch raus was ich eine interessante idee finde quasi das ende nicht zu einem ende zu machen sondern einfach nur zu einem rückblick auf etwas was juta eben in seinen jahren erlebt hat ähm und die geschichte davor ist halt auch wirklich wow richtig gut also da muss man noch mal sagen das ist auch etwas was eine geschichte die mir total hängen geblieben ist die erste von zwei geschichten in band 4 ist das was bei mir komplett hängen geblieben ist das ist das was ich von mermaids saga mein bisher bisher nicht vergessen habe weil es mich einfach damals so geflasht hat ob es leute heute noch flasht weiß ich nicht würde ich ausprobieren aber mermaids saga ist ein großartiger manga eine wunderschöne perle die ein oder anderen werden nicht mit dem ende zufrieden sein aber es hatte man muss aber auch dazu fairerweise sagen dass es eigentlich eine kurzgeschichtensammlung ist und weniger eine geschichte die jetzt wirklich ein ende erzählt quasi wir haben auch hier keine kein beständiges leben von charakteren oder so oder weil es sind immer wieder neue charaktere es sind immer wieder andere jahreszeiten also jahre in dem das ganze spielt wie gesagt bis von vergangenheit von juta bis hin zur aktuellen lebensgeschichte mit juta und mana gibt es da wirklich so immer mal wieder so etappen zwischendrin wo es dann immer so hin und her springt so dass es nicht wirklich großartig neben juta und mana eben so permanente charaktere gibt also es gibt gibt es einfach nicht und dementsprechend finde ich das auch überhaupt nicht schlimm dass wir kein ende haben also ihr dürft kein ende erwarten weil es einfach nie konzipiert war und ich bin mir auch sicher so wie der manga geendet hat muss ich auch sagen habe ich das gefühl dass rumiko takashi da hier auch nicht den manga irgendwie geäxt bekommen hat sondern einfach sich bewusst dafür entschieden hat dass jetzt diese diese anthology diese diese ansammlung von kurzgeschichten über die märjungfrauen die scheinbar im in der japanischen folklore ein wenig weniger hübsch und lieb sind wie jetzt vielleicht im heute in der heutigen zeit wo ich sag mal märjungfrauen eher als was liebliches oder als etwas harmloses hübsches magisches märchenhaftes dargestellt werden ist in der japanischen folklore wohl diese märjungfrau eher so eine art monster oder yokai eskes wesen so dass das alles natürlich wunderbar passt in diese horror thematik einfach genau das finde ich natürlich irgendwo auch spannend mal eine also eine ein vermeintlich wunderschönes wesen in so einer sag ich mal doch kritischen auffassung zu sehen hat mich auch ein bisschen stellenweise an natürlich an auch gott ich jetzt musste mich entschuldigen wenn ich bullshit rede aber ich meine meine das müsste doch eine geschichte war das nicht eine geschichte von omer die odyssey wo es wo es unter anderem da eine geschichte ging gab mit den sirenen die irgendwelche fischer oder irgendwelche reisenden quasi auf ihre insel bringen oder sie zum also sie dazu bringen dass sie ihre schiffe an die inseln fahren und die dann zerschellen und sie dann gefressen werden oder sowas also es geht ja schon so ein bisschen in diese richtung auch ne also dass diese sirenen wunderschön sind und wunderschöne gesänge haben und toll aussehen aber sie sind eigentlich gefährliche bestien so und das ist so ein bisschen im grunde das was auch ein bisschen mermaid saga ausmacht so diese faszination dahinter etwas was eigentlich vermeintlich schön ist ist das was letzten endes dein verderben sein wird das klingt jetzt klingt jetzt ein bisschen wie eine wie eine ehe nein nein so habe ich das natürlich nicht gemeint kann auch sehr sehr gut enden also das möchte ich möchte ich da jetzt nicht schlecht reden so aber ich denke ich denke ich habe wirklich genug über mermaid saga gesprochen wie gesagt gibt euch diese vier bände ich meine nicht dass die momentan irgendwie groß teuer sind oder dass man die schwer bekommt wenn ich schaut es anderweitig einfach mal rein wie gesagt ich würde es auf jeden fall empfehlen das ist so ein toller manga über den natürlich wenig leute sprechen obwohl sehr viele leute rumiko takashi kennen wird relativ wenig über mermaid saga gesprochen und das kann ich auch verstehen weil der manga ist ja abgesprochen was abgeschlossen was will man denn groß noch drüber reden aber vielleicht auch für die leute die noch keine review dazu gemacht haben und rumiko takashi fans sind oder vielleicht interesse an horror mystery haben probiert es einfach mal und haut auch ein video raus oder ein blog eintrag oder sowas weil ich finde mermaid saga gehört echt noch ein bisschen mehr gehör geschenkt und ich hoffe dass ich hiermit ein bisschen etwas dazu beitragen konnte so genug darüber ich bedanke mich natürlich recht herzlich bei euch fürs zuhören ich habe heute irgendwie ein bisschen ein ein holprer in der stimme gehabt holpr die polter ich weiß auch nicht warum das so ist aber ihr müsst mir da ein bisschen verzeihen normalerweise klappt das eigentlich recht gut aber irgendwie habe ich mich heute sehr oft verhaspelt aber wenn euch das trotz der verhaspel trotzdem gefallen hat und ihr sagt hey maison manga ich täte dich doch gern mal unterstützen geht es irgendwie dann sage ich mein jung das geht natürlich oder mein dami das geht natürlich ihr könnt einfach unter der video beschreibung in jedem video unter jeder video beschreibung gibt es einen amazon wunschlisten link da könnt ihr euch dann anmelden könnt ihr dann mir was zukommen lassen über amazon und könnt dann was lustiges dazu schreiben und das lese ich dann vor in so einem video was man da macht und dann haben wir alles spaß ihr habt mich unterstützt das ist immer das freu ich mich immer wahnsinnig drüber und ansonsten macht es mir gut man hört sich in einem anderen video über manga und anime und vielleicht aber video spielen und ja haut rein ich bin euer rené von der meso manga und ich sage wieder mal tau bye bye what the fuck warum ich weiß ich hatte irgendwie bock drauf es tut mir leid nichtанд und aus und du um Untertitelung des ZDF, 2020